ich muss noch gucken Acker an der Karte mal gesehen und der Bacht auch für Leisträder ab und er auf die Weile der Bach-Leisträder was die Lüge mal trifft Händler warum er trefft alle zwei zwei sechs zwei sechs jetzt schweiß ich weiß es nicht aber ich habe keinen Bock auf Luca okay auf jeden Fall der Bauer Abbot der Leisträder mit Prozent bei Michael ich bin da wo sie sticht ich versuche gerade Liga abzusteigen ich versuche gerade Liga abzusteigen und ich versuche ich habe es 1000 875 Punkte und ich versuche jetzt 500 Punkte zu haben also 1375 Punkte Gold verlassen machen das ist mein besuch so oh hallo Leute der Zeit so gut aber ich bin so gerade 1375 Punkte weniger zu machen so ok so 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 ok es geht los oh oh Bitcher Zombie wir haben noch über ein Stack ne entschuldige hat geschrieben ne ich abonniere Luka nicht und du Trilax auch nicht ha Luka der hat mich abonniere hoffsgelobten der Abo alle an Julien ganz kurz Kürtel der Abo an alle 2x er war alle beiden Mats Verlachen Mats Verlassen aber das wird sich immer wieder für Lukas Besucher gerade 1000 375 mit Punkte Verlust hey es hat nicht so viele punkte verlust machen hey hey das ist doch mal jetzt aber gibt mir das letzte und der das letzte ihr geben mir das letzte und geht mir das letzte die frage ist wie kommt ein schüler nur karte bleibt ein als ich schauer und nennt sich ein mädchen weil dein stimmel zu älter wie ein mädchen muss heilig hier ist die lukine m ok das auch immer war ich mag sie nicht ja ok soll es zu sagen wer es ist Warte schreibt ihr mal die Waffen die Traum beschreibt ihr was er es war ja schreibt du machst ihn nicht mehr okay wer genau ein anderes Thema und jetzt das war die nicht das war die nicht nein doch es kommt gleich ich gucke man kann es sehr wert Hela auf was er noch will geschrieben solche frau mit dem ich rede da hat er sagt dann sagt dann sagt allerdings dann verschickt werden schafft Hölle er Ende hier ist einfach Prozent und Zusammenbruch und von und so ist auch nur scheiß auf die Gapste absteigen als vorzunehmen ist widerspunkte das wird einfach nicht kommen wir sehen sie sind einfach wieder hier Schicksal im Schatten die Kustoffe nicht also Spassier weil es wäre da durchs Gehäuse ich weiß es wer hat sie keine Freunde das kann man noch kaputt machen aber ich hab access zu reduziert werden ich werde schlechte schüttend blocke nehmt über ein stück wird es doch komm er hat besser nächste bis nächste sein vom 2k verbessert da war es heute gern die jahrs jungen was die aus easy schade bis zu den liga versuch abzusteigen was funktioniert nicht es geht nicht was so schade auf jeden fall obwohl ihr menschner leute wesentlich dass das ist hier nur der abo an teile ich weiß was der abo an v 20 die koppel vor sich wer wer ist das auf ein schniveau wer ist das das bist du so und also der Name wird jetzt für immer der Tricks bleiben auf YouTube hey ein kleines Züger das Vertrag machten nicht ich weiß wem denn bei Sony von Sony und Mangal woher weiß los Hör voll weiß dass du Hacker Insta Junge Insta recht ist ein Hacker seit 8 Jahren ein ich keine Ahnung was ich heiße Lukas Schnitzel 1 2 3 4 okay Kepo das so kein Abbruch Prozent habt schon mal gesehen der Schütze der Schütze stets ich habe heute darauf gemacht er hat sechs hat die ich hatte der e-kopf 6 er hat es doch online warte mal was wir auch noch hat er ja abgörner kann man direkt hätte schon geben ja kein Wunder aber hätte jetzt die Frage kommen wir hoch um einfach hoch dann vielleicht kommen wir wieder hoch Leute eine Frage an die Leute eine Frage an euch was soll ich praktikum machen und stellt uns mal eine Stelle auch vor jetzt einem Monat praktikum ist ich hab mich mal eine Stelle und die Frage was einfach was ich machen konnte hier geht's hoch okay ich glaube ich habe einen Weg nach oben gefunden ja glaub schon schön Gott sei Dank wir haben die erst gewonnen also kein schlechter Minendurchgang schlechter Spieler aber ich will jetzt noch ein bisschen an meinen Tauer arbeiten ey hast du schon mal trainiert gespielt auch nie oder noch nie bei vordern meine ich doch nicht okay wenn du das Spiel ist ne danach normal Solo Spiel ist ne dann denkst du dass alle trotz dann denkst du so pass auf dass ich noch schlimmer gespielt oder und zwar okay dann kannst du alle easy club machen alle also hala komm her eine noob ist manchmal ist das nur so hey keine ahnung warum er gibt es eigentlich mein kürzt und ihr auch glaub schon wenn ich mein Tauer lol als ob ich hier bin als ob hacker pass auf leute luka also tolex hackt bei fort genau oder er ist der schlimmste spieler hacker genau wie ist das mögliche wird euch gebrannt ja genau ein back ich hab ein back was im internet spieler was ich schaue ne meint ich spieler ja ja ich hab das in rot-weiß höh mit grüner leuchtung wohin leute es wird die torx ja ne es wird die torx ne habe ich zwei kens bei turnier gemacht easy ich bin jetzt in bau ich kann das aus dem kopf hätten lassen bitte danke und dann macht es einfach weiter ein spaß schwöre wenn ich beim nächsten mal wenn ich bei dir bin ich mache kappel direkt kaputt das nächste mal wenn ich bei dir bin mache ich eine platzischen kaputt und mache ich das da mache ich bei dir platz der platz der kaputten fernseher kaputt alles und selbst Hermann Stein komplettes Zimmer kaputt auf den Neusten kommt man covenant wieder kaputt ja ich mache auch dein ganzes haus kaputt ja es macht weil kein z mort kaputt underleben kommen tun jetzt ich bin schon � okay man muss jetzt nichtehren mit dread drohung polizei ja ich hab polizei scan pass auf legt mich nicht an ja legt dich nicht mit mir an ja hallo entschuldigung stadt raus hier wohl sei hier raus hier du wichser was gesagt entschuldigung sie wichser respekt respekt meine mutter kommt warum ja weil genauso will ja es gibt ein neues pack schon wieder schwachpunkt zu treffen das scheiße gewonnen ich weiß dass so easy ist bei so wieso leck ich weiß zum ersten mal bei arena ich denke zum ersten ich singe doch wunderschön was hast du gegen meinen gesang dann ist damit macht und krebs von dir warum habe ich etwa die gleichstimme wie du nein hört sich so an wenn ich sonst wäre ich ein mädchen aber bin ich nicht was soll zu sagen das hat den locker haupt genommen also was heißt das qualität der internet verbündung reicht nicht keine ahnung noch was ja schlechte qualität ja also es ist überlegt leistung abgebrochen oder was zu punger hamburger fast alles bei leistung abgebrochen ist wer doch nicht nein nein der hat einfach schlechte qualität gerade er aber eine frage wasser Prozent nun kann man sehen dass von leistung vor allem abgebrochen ist da all das eine nachricht da haben so kommt der ganze bildschirm schwarzen steht fehlers aufgetreten auch erst so dritte ich muss es so aber es ist doch einfach keine sorge nico ich habe davon erfahrung kein wunder nix bei jedem stelle es ist eine eine frage es ist bald ja auch um back wenn du es bei der spitzake und die geht einfach weg heute aus dem Land ich besuche Luca warum bisher einer Villa wenn du nach Hause willst die Mütter entsteht direkt von meiner Tür Hölz-Saal ja weil es braucht kein Wunder was weil er meint braucht kein Wunder ja ich brauche dein Zuhause dafür mein Müll immer bei der Sonnen kann du Mütterne kein Wunder Luca es kann sein dass ein 30 Häuser hausler Mütterne richtig Prozent sehr viele Mütterne ja aber nur dafür du auch ein Zuhause hast Nico Einer ja aber ich bin ich wurde ich da geboren du schon vielleicht bin ich eine Mütterne geboren aber leider nur weil deine mutter so nach unten als kurz schwer es nicht allerdings kann zu beleidigen ja okay man kann besser Mutter beleidigen das einfacher ja viel geiler und hat auch besseres gefühlt ja ja wenn ich jetzt erst kann deine mutter ist hart beleidigen nur ich könnte deine mutter auch hart beleidigen ja ich bin dass ich nicht jungen da ist ja deine mutter etwas es hat gesagt wenn ich das wenn du nicht möchtest wenn du nicht mein sein wer es hätte ich gesagt wenn du kannst du bleibst hätte ich gesagt ich kriegte meine mutter bis sie stirbt aber da kommt nicht in grad sondern mit oder wurde geboren ist weil da wer da geboren ist wird auch da sterben also mit dem tonne weiß was ich schon gesagt hätte hat deine hat deine frau bei dir zu hause etwas meine mutter ausgelegt das ist das bedeutet zum beispiel deine freundin hat früher ein kind gehabt das war meine mutter und weil deine freundin also deine freundin ist in der mülltonne geboren und deswegen ist hat deswegen haben wir familie genau weil du geboren bist in der freundin genau ja genau Nico wird du sollst mal den Unterschied zwischen mir und dir entdecken ich wohne einen ganz normalen Haus und du in der dreckigen mülltonne nebenan ich hab keine mülltonne hier gibt es nicht so krass und egal aber ich nein komm schon abwarten m ja kann sein dass er dann eben steht aber auch aus der Brunnen besteht aus mülltonne das dann wurde bestehend aus mülltonne so ich wollte bei dir einziehen also ich wollte bei dir einziehen also ich hab bei dir ist hier bei dir ein darfst du da bei deinem wohnen besteht aus Müll deswegen ich kann sagen soll ja weil ich bei dir einziehen wollte ja bei deinem wohnen er will ich von mir einziehen kann sein lassen für mir einziehen wird sein dann wo so eine wohne mülltonne ist deswegen ist abholen nein ich war dann auch frei auf dem Weg da läuft das wusste sich selber weg nein ich habe ich habe dich einfach gesehen deswegen muss ich einfach weglaufen wenn ich kann es sei dass sie laufen kannst kann mit mit der Säule gleich weiter da kann ich laufen ach ja stimmt das erklärt auch warum du öfters nicht schlafen kannst er ist auswärtig zu verfallen A das Fußballverein äh ich das Kopfball Heinz Neuer Frau Tauber wenn es mit Kopfball ist dann tut mir leid für deine Behinderung als nur hat einfach nur Nikkei Schütz nicht versuchen mich zu wissen schlusslich ist auch bei mir was er mit Anfang ja ja es geht auch private zur Folge ein Schlag jetzt mal erlager erst mal alles bei mir zu Hause ein Junge alter tragisch viel mit mir das nicht heilen ok mach das so 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 ein Moment ok Hi Julian, schau mal in den Chat wenn du da bist ähm wir machen jetzt mal kurz was ich brauche mehr Rüstung um ehrlich zu sein so so hä hä ah jetzt dann lagern wir den Rest da ein so gehen schlafen ein ein mit die gern warum habe ich schluss denn an die Schläufe Prozent Puls aus Plastik ich weiß ich hasse mich egal auch immer bei einem Müll muss das Schluss ne ich habe ich hasse mich weil ich ich kenne 2 ehre genannt Nico wie gesagt versuchst einfach nicht ich möchte dich nicht mehr wissen aber wenn du anfängst kann ich nicht nachlassen zu mir leid dann muss ich so was können wir noch einlagern erde jetzt habe ich erde weiße wolle Knochen äh Sticks kann ich einlagern und Julien siehst du weißer Beton aber ich glaube ich habe gestern ein Beton der ja noch schlecht das ist meine Kiste war ich noch mal den Beton ja weh ich kann sich was hat gleich sein wenn ich jetzt ist schalte Kettner aber auch schaube nein tut mir leid dafür bin ich zu dumm nöten ja ich war einfach mal deine dummheit abstrahlen fachkern 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 kommen eigentlich hier rein genauso wie meine Pfeile warum hinter hast du morgen Schule ich ja klar morgens Freitag dort wo auch manchmal er gibt es auf der bestimmte Freitag oder so vielleicht nur ein Prozent langer Konferenz noch was oder Schuhe Bildung oder so nähe eigentlich nicht nur ein okay dort ist so gar nicht zweifel wird sogar kurz wenn ich durch die Werbe spiele okay wenn ich so wäre hast du das kann wenn ich so wäre würde ich morgen Schule schwänzen Oha nein nein was nein Junge niemals Junge er hat so eine Schwanze er sagt wenn ich die Schule schenze dann macht als Aufgabe dass sie zu deiner Mutter gehst und dann die dann einmal schlägt wenn ich jetzt Schule schwänzen muss weil wir es nicht er also ich hab nur zu schauen wir doch nicht auszuschauer ich eigentlich zu länder passt auf mein stream auf warum er aufpasst da hat er auch wenn er was so leckt oder so was vor weil er einfach mal geguckt hat was du machst hey was geht ab mit meiner mutter am start ich mache videos jeden tag und mache jeden spaß fertig ich habe auch bestimmt nicht wenn ich bald leute wenn ich bald ein gaming tischzimmer wo komme werde ich jeden tag und gleiche Zeit Uhrzeit ein Video ausbring obwohl Holger okay dann haben wir alles zitiert und an den ganzen Beton raus Mütter daraus Beton du Idiots ich habe so wird aber verstanden hallo nicht schon an deinem Namen denken das da muss dort er mit 2 die das war erst einmal nach Waren er hat schon mal nach Waren Prozent dann nicht müssen wir Brüder sollen ja sehr hart sind Brüder tut mir leid hat er fast vergessen deine Mutter meine Mutter großer Unterschied ja kann sein meine Schöner aus Seiler die Art in der Mitte ich finde das sind drinnen Leute ich schwöre ich hasse das Ziel drin zu füllen als immer die meiste Zeit verklemmert Tönen KURCH KURCH ja der hat packern kein wunder ich habe mit du bist so habe ich das habe ich das aber das wird wird das war zu Lohol was soll er als erstes entdeckte Gruppen das später auch wenn man sich ins Land ist die Leute wahrscheinlich ein zweistachten streamen die Kinder in München Prozent Prozent Arbeit oder Plusko Prozent Prozent Worte das ist wahrscheinlich morgen übermorgen der Zauber am längsten dauernd wenn der Tauber fertig ist, mach so eine Art Büchereimuseum da werde ich so meine Sachen wie Armboss und sowas reintun also es ist sehr viel in Planung und ich weiß nicht ob ich das alles so schnell hinkriege ich werde jetzt erstmal hier mal einen Tauber fertig kriegen wahrscheinlich wird dann hier im Tauber Museum sein also es gibt so verschiedene Etagen wo man hin kann so ein Museum zum Beispiel so eine Etage die andere Etage ist so ein so ein Spielraum und eins zum Büro ich glaube das muss nochmal Farben gehen so 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 ich habe Kakao machen ich kann auch ein Kakao machen was Meckel ist sehr richtig vorletzt wochen Kalao Dattelbeutz abnehmen allerdings im Frühling wird ich abnehmen Niko aber das das Problem ist das ist das Problem ist das sei der Nix bringt und Niko wie oft habe ich gesagt wenn deine Fettigkeit zu mir abkommt dann kann ich ja nächster 4 3 weiß noch war auf die Waage war auf die Waage was hat meine Telefonnummer meiner war 60 Kilo ach jetzt stimmt meine Telefonnummer ja ich wollte ich wollte einfach ich wollte einfach dass du meine Telefonnummer merkt und ich wollte ein Gewicht nachmachen wenn ein gewisses 60 Kilo das weiß genau aber dann früher ist gewünscht ich habe vielleicht hast du einfach dann fett gespendet nur ein Bogen ich wollte Kakao das war er hat mich verschluckt manche dieser rottete Faschen die Zeit haben wir haben noch ein zwei drei vier 5 5 ganz schön ist es bei dir auch so wenn einmal Kakao Stringsler und Kassel aufzuhören und stehen lassen die Jahre wenn die Stehler schaue habe ich kein Durst mehr ich wäre ich noch ich glaube das ist selber stehen ich habe es schon insgesamt 17 oder 18 Foto hier entweder war es klar weiter und Lobos der Fall ist noch gespannt wer in dieser Kugel ist hier und was heißt das mal hier diese Kugel warten wer ist da drinnen was glaubt ihr vielleicht so um Prozent Zeitung Raum zu ihm zum Teleport geht ich könnte mal alles in die Kommentare schreiben eure Vermutungen schweig wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du nein mein block eine Sache für mich ist auch ein Fortleut es ist keine Waffen was alles zur Heilung hat es war eine ein Wartebar hatte war was mit einem Waren die Dinger scharf scharf Arthard scharf ich vermisse falschen wird ja das auch auch alles aber für mich dabei alle von mir doch doch auch was hat er gemacht er hat viel über die Fakt das Montag schlafen gehen was für noch was ist 6 ich bin und morgen werden gute Nacht denken schon kacken Geburtstag werden beim Bauern ein paar was es an Prozent so besonders an Mike Rüft es macht einfach Bock das oft und es macht aber Bock darauf Projekte zu machen einfach dabei kann auch Projekte machen Mord von der Schmerz ist aber nicht so viele nein von ist nämlich nicht alles möglich zum ersten Mal zum Beispiel Teleportation muss man alles einstellen hier können wir zum netter auf einmal sind in einer komplett anderen Welt nur gerade zum ersten Mal sagen da wird Teil das war es auch sofort leistet alles möglich es sind vorhanden möglich dass man es um hochfliegen kann in um ja auch ohne und Doppel-Ex zu fliegen Prozent zu machen Herr Busser bei Kriff auch machen nein es gibt im Effekt da er da sieht man automatisch so und um fünf Sekunden so den Mieter oder Grave Zier oder Glück dass man mehr Glück hat oder so was er ist das öfter vor Ort auf das Gesamt vor Ort ist alles möglich es war es gebraucht er hat gesagt ich habe gesagt ein Vorfeld kann man alles mögliche machen für Projekte das ist dumm non ich habe insgesamt glaube ich 17 oder 18 Stunden gebaut für diesen scheiß Tower Junge, fast alles ist leer ich bin fast gestorben ich bin fast gestorben kommt von Strömung ich bin fast gestorben ja perfekt ich bin fast gestorben das ist unmöglich 127er Headshot danach 75er da ist ja komplett tot Alter keine Ahnung oder 70er plus 75 ja denkst du denkst du ich bin schlau 200 200 HP was 27 ja so der hat mit 2 HP noch überlebt okay 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 ich habe es schon tot diese Linie Hacker 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 am Start Hacker 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 mehr kann ich es machen Leute weiter so so warte kurz so okay okay du hast geht in der jahr aber wie es geht aber auch Luka nicht was geben start das habe ich schon sehr von ihr arbeitet vor Ort vor Ort vor Ort vor Ort vor Ort vor Ort ein 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 das soll jetzt sein das ist ein Hauptabendungen zweitens ich kann das ins Zeitung kommen du auch und hab darauf gar kein Bock 2 2 das ist 2 weiter es ist so alt ist wenn du ein Video oder was Musik enthält nur vor der Zeit nicht verlass der hat das auch gemacht er hat was gerade ja das war Spotify ja das auch er ist auch verboten nein Spotify nicht Spotify ja ok ok warte dann warte ich hab's voll die Freude weiß was ich hab bock drauf ja K K K K K K K K K was vergessen bei einer Prozent Text vor der Stolz zu schicken ich weiß es hat das aber aufgeschrieben Schick mir das ok war es irgendwann mal okay ich finde gerade den Zettel nicht und vielleicht morgen glaube ich habe aber da gibt es echt geil ja ja okay das was ist ja schon mal das Lärmdorf und er hat auch Fortschritte und exklus ist schon der Handy Gäste und damit würde ich sagen tschau tschau das ist geil das ist geil das ist jetzt geil schicken wir das mal okay ich habe gesagt tschau 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 aber 1 war das war für zweiter ständige permanently 24幅 hat er geschickt macht er aber verboten leistung einer zeitgleichs immer an was kann leisten ok da kommt wird starten wollten sexe die kirche gucken später wenn ich perle muss nur so kopf oder sportlich bei arena schwöre es braucht es war es bock jetzt macht karpock arena zu spiel echt gar nicht wirklich schwachpunkt geht vielleicht wieder kann sein doch nicht so kommt so wenn er auskommt ja ich komme jetzt ihre 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 so muss er ihr mal eine stunde später 1 oder nur ehrenlos er so musik nur aber so erst mal so als ob es schaust wenn arena zu lecken schausten das mal so wenn du jetzt im vordergrund der stadt scheint guckt nur kurz so dann spieler aber nur du auch immer okay oder nun mal wie sehr ich habe er wäre echt von bock auf ab vor der arena zu richtig bock drauf was machst du weil der vordergrund der ender du kommt muss mitmachen der hat einfach nicht so das scheiß kann ich habe ihn nervt wirklich was ist weil arie äh weil da jetzt freundlich ergibt und zwar du weder hätte zu werden ja wir sind beste du ja okay kettner am start ich weiß nicht aber ich bin also angeht kann ich die ich bin ich bin b ihr ich bin w ich bin Das ist noch eine Pop-Gun, ja der Spray, der hat nur gesprayt. er hat das gibt es bei der dritte mp da kann ich dann nicht so vieler leider hat er sich an der Gegner was auch hier dann sagt ihm geht geht er zu den Gegner nach hause und sagt das ist nicht okay dass er noch spät Ich rede mit Luca. Interessiert mich nicht. Ich rede über Ärger. Luca, dein Klavier nervt wirklich. Luca, hör auf. Ich hab Ärger, weil es so laut war. Okay, ist dumm. Ist dumm dich jetzt. Nein. Ich hab genug Ärger bekommen. Ich hab mein Klavier ausgemacht. Danke. Anmachen? Nee, Spaß. Nee. Spaß. Hey, warte mal, Wettkampf. Wettkampf gucken. Oh, du fröhliche... Oh, du kostet nur kostet. Nein, 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 ich hab nur gesagt Klavier. Was für einünder. Wettkampf. du kannst du du bist der haben aber okay der spät er hätte die gewählte die jungen ich musste meine tipps und nur ab und nur kleiner wixer mit dem büro der spieler 2 so viel belohnt aus jetzt mit einer wixer wixer für etwas was wenn vier tage ich schon auf fünf vier tage in vier tagen kriege schon auf fünfzig wie wachs für die tage bis ich schon keine ahnung habe ich nicht guckt vier tage etwas 30 wie gesagt ich spiele nicht so viel fortnight wie du generell ich spiele ich nicht so viel da will ich mein kürzender so haben aber noch nicht auch nicht abkommen darf ich drehen gucken würde dann die tut kann man gucken wie die die auf dem vortrag macht aus der jungen das war früher das war es diese 11 kann man von season 11 kommt man von season 11 ja okay sie selbst ich glaube 17 oder 18 1000 mit der jeweiligen zwar bestimmt projekte zählt nicht Bukka vor allem vor Ort vor allem die Scheiße für sagt er wird dann bezogen ist vor allem auch scheiße sind ich habe das so aber jetzt ist ja und den Speck was sind ja dieses um wenn man abgebaut ja aber auch der Hof wie meinst du was wo man hoch springen kann nein n das wenn du baum abbaus ist blau also schwachpunkte genau sagt das doch jetzt hat vergessen das heißt ich bin kein sucht ich habe es tun nein ich bin mein Kürze auf die sogar besorgen ist dass es kurz zu tun ich bin dann mein Kürze auf die mein Kürze ist der geilste mein Kürze ist der Aliebster als fordneid für er ist kacke echt ja schön mein Spaß mag eigentlich leer aber lieblich keine Sorge aber ich mag die eigentliche aber das Seiten ich triebe ich weiß ich mag die eigentliche also ich bin ich mag das fast sie nicht ein Schatz korrekt aber nur wenn Kornel weg ist ne wenn wir das nirb ja ja es soll so halt so er ist sie bei euch so körperbar um euch mit Fakten rot-weiß erwart ich noch nicht da jetzt rot-weiß Junge setzt sich mal hin Junge wir haben noch 30 kunden Zeit alt gut nicht mehr minus 40 Stunden n ich gehe zu ziehen ich bin da er wird auf uns getrennt und geht Prozent Monau und Mauer 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 ein Spaß ich gehe da hin ein Spaß ich gehe so nachdem er wird so lachen n weil ich war es weil ich brauche ich gerne sie da geht das zu Fuß so wird mit Glück äh ich bin bei die wei da auch karte ein paar Prozent oder so und danke eine Ohrenkrebs er hat bereit ja tut's auch tut mir leid ich habe deine Stimme genommen ich bin los so scheiße das sind beide geht noch so tun aber ich weiß nur geht und sind wir sind nur weg soll er aber wir haben aber jetzt sehen wir werden Lukas Lerner er war zu schluss noch kurz Loka ich weiß es wird er gesagt hat er ist jetzt ich hab nur von Kumpel gemacht hat er hat er es schloss sie ich habe auch stück auf Lappen was wir er wird auf einen Lappen okay das ist sagt mir das doch ja ich hab so wenigstens genommen nein du bist so ein Wichser ich hasse dich er ist aber gut und wir sind keine Freunde wenn sie nur noch Cousin ist mir egal okay was solltet das ist die Zahn der Gegner unterwegs 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 ist ja es hat der Hälter sie auf den Saal ich hatte er hat sie auf den Saal Stattdaten ich habe doch gegeben der 20er Junge schon die Stiftung EZ-Kennstück hat so leute der S-B-N-D-Spieler Leipzig bei der Luca zu viel ausrastet